Also, hallo, mein Name ist Natascha. Hallo, mein Name ist Christine. Hallo, mein Name ist Annalena. Und wir haben heute ein neues Spiel für euch, das ihr einfach zu Hause mit eurer Familie oder wie wir heute übers Telefon spielen könnt. Das Spiel heißt Assoziationskette. Assoziieren und Assoziation gehören zu den Grundbegriffen im Brottheater und haben damit eine ganz besondere Bedeutung. Beim Assoziieren geht es darum, die Gefühle, Ideen, Wörter direkt zu formulieren, die euch in den Kopf kommen, wenn ihr einen ganz bestimmten Begriff hört. Dafür wird eine Kategorie vorgegeben, wie zum Beispiel, was macht man in der Quarantäne? Und dazu sollt ihr jetzt nacheinander möglichst schnell einen passenden Begriff finden. Lasst es uns mal ausprobieren. Okay, und Start. Ähm, schlafen. Arbeiten. Ähm, Texte schreiben. Ähm, Texte lesen. Texte korrigieren. Homeoffice. Ähm, äh, putzen. Waschen. Ähm, Wäsche aufhängen. Wäsche bügeln. Okay, also das Ganze geht dann durchgehend so weiter. Das könnt ihr so lange spielen, wie ihr wollt. Ich hoffe, euch fallen auch lustigere Sachen ein als uns an der Stelle. Ich bin mir sicher, ihr seid da mindestens genauso kreativ wie euch. Und könnt euch damit ein bisschen auf die Distanz oder eben im Familienkreis zu Hause die Zeit verschlagen. Haltet euch fit und munter und wir schicken euch ganz liebe Grüße. Tschüss. 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 – Tschüss.